Na, ich werde in nächster Zeit auf jeden Fall genug Erfahrungspunkte haben. Ja? Ich weiß gar nicht, wieviel das Ding eigentlich speichern kann, Buen of Jar. Ich hab keine Ahnung. Ah, ich lass ihn mal ein bisschen noch laufen. Also ich glaub, bis das nicht mehr geht, ne? Ja, toll, was für ne Aussage von dir. Ja, ich weiß, cool, ne? Bis es nicht mehr geht. Hm. Ja, cool, ne? Cool, ne? Die Ding haben nicht auch fertig. Ich hab gefragt, cool, ne? Jaaa! Alter. 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 Alter, ich muss die Sendback suchen, Alter. Was soll ich? Alter. Wo hab ich die denn hingetan? Weiß ich nicht, Alter. Ich hab ja gesagt, ich hab alles in die Kisten geschmissen. Ja, Alter. Du hast genug Kisten da, Alter. Ich weiß. Wer darf ich wieder suchen, Alter. Ist der Lizardmann... Wozu soll man sich das doch merken, ne? Alter, ja. Alter Mann. Hey du, Alter Mann. Joa. Oh mein Gott. Ich bin ein alter Mann. Ach da. Okay. Hm. Hm. Ich weiß, dass sie in die nächsten Zeit alles farmen muss. Ganz wie dieses komische Quarzzeug. Obwohl, das brauchst du gar nicht, ne? Ne. Im Moment nicht. Ja, im Moment nicht. Du brauchst es gar nicht. Was willst du eigentlich von mir? Das Quarzzeug. Ne. Welches? Dies fürs ME-System. Nicht das Nether quaz, ne? Nein, Nether quaz, ne? Baut ihr nämlich selber, ey. Aber das andere brauchst du ja nicht. rein theoretisch nicht ein theoretisch aber praktisch auch nicht weißt du nicht ich glaube davon habe ich noch nicht mal was aber doch habt ihr schon was in die kisten eingelegt so ja weil ich das beim abbauen hatte und ich war doch so ehrlich und wollte es da reintun du und ehrlich ja du und ehrlich ich bin ich hier runtergefallen habe ich das denn wo bist du da habe ich das das ist blöd ich war doch eben noch hier drin und jetzt sind alles kripper und zombies na nice da ist so ein bogen ja das geil war ich wollte die landmark setzen was mache ich ich spring scheiße also spring aber so dass ich zu weit spring toll nein zu viele von den dingern gemacht du schlecht dumm dalle dünnt das ja schlecht man brauche auch noch mal vier stück ja auch nicht und es wird schon wieder dunkel ja pech können wir schlafen gehen was willst du eigentlich von mir nicht schlafen nein bitte ja wie alles schlafen müssen noch ein bisschen warten gerade das große ist ein schnarcher komm schon meine zuschauer sind nur safe safe complete saving the world data except like for a short while server save the world bist du schon im bett nein kann das sein dass ich glas dafür noch brauche tu es oh yeah tu es komm schon nö centros ja sei lieb weißt wie viele monster bei mir in der gegend sind wenn er kein glas mit verbaut ist dann baut er da nix hin ne nein wo kommt der kripper her boah sag mal wenn du im bett liegst ach nö keine Ah ok dann gehen wir halt nicht ins bett dann nicht schade ich hab jetzt noch die wester vergeben hoffentlich stirbst du aber dann brauche ich die hoffentlich stirbst du noch unten verreckst du nö nö sterb ja nicht ich hab ja noch kein dach richtig drinnen das ist das blöde pech ich hab ja mal angst ah ich spinne ich wollte mich einspringen und jetzt geht jetzt lieg ich mhm fünf sekunden dann bin ich am bett beweg dich ja die war noch im questen beweg dich ok extra für dich lege ich mich ins bett und dann mhm aber wieso steht eigentlich so auf 16 wölk weil er alle 15 minuten und alle 10 minuten speichert achja und wo wir nix geschrieben haben im chat ich bin ja mal gespannt wann das andere wiederkommt welches ich bin ja mal gespannt wann das andere wiederkommt so geht die geht die komet wow ach das was juckt uns das ja da kommt ja keiner runter will ich auf jeden Fall hoffen also ich wollte mir noch einen bauen das steht fest ja ja bauen werde ich mir noch einen mhm ich glaub die komet ging nicht ich glaub nur die normalen kometen gingen weißt komet und so die konnten durchschlagen mhm oh oh der helder muss ich mir auf jeden Fall einbauen ach so das musst du nicht ich meinst man kann die schicken ach so ja gut aber das möchtest du doch nicht machen mhm das willst du doch nicht machen mhm ne ne preis für das jetzt muss ich wieder nach unten jo ja klumpf gemacht gleich ooooh oja hey centos ja können wir eben higher machen wieso es ist dunkel draußen ja stell dich mal nicht so an ok wir gehen schlafen schlafen bett schlafen schlafen bett schlafen ja findest du bett schlafen geh jetzt schlafen holt sich der zeus noch hat es geschmeckt ich könnte eigentlich mal nebenbei meine farben weiterlaufen lassen mit den spinnen ein paar erfahrungspunkte sammeln zu der her ich hab schon 33 bitte sehr eine marmel 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 duke marmelade kopf marmel duke bist du ja wie ging das denn ach mit einem eisen und komischen zeug toll ja ich dachte dafür brauche ich nur diesen nederquart nein da hast du falsch gedacht doch ist immer alles ich dachte es wäre so nein aber ist nicht gewesen aber du bist blöd warum ok naja wenn du sagst ich mache kurz das macht das überlegt nicht so lange die haben nicht alle zeit für du man sie gucken sich jetzt ernsthaft drei stunden material an hallo geht's doch aber irgendwie unten die farben geschaltet klar ach so die gehen der kaputt alles klar ja ich bin stirbt wenn ruhig da drin das ist ganz okay ich passiert doch da nix auch weiter protection auch noch vor uns das level macht kein platz seid ehrlich und schaden glas macht 1 2 3 4 5 6 ja passt 3 5 6 6 6 6 mal ich habe zu wenig level spinnen merkt euch eins baut das ding einfach nicht hierhin ist nicht gut geht sowieso drauf wo kommen denn die audi items sind ein bisschen zu voll glaube ich mittlerweile der spuckt das ist da schon raus ich muss mir mal was rausnehmen hier paar stecks knochen aber nur paar stecks das hat er vorhin schon gemacht hast du oder hat nö dass er die items ausgespuckt hat du hast nix gesagt da oben weil ich mir lust hatte weißt wieviel knochen ich grad wegschmeiße ach mir egal was du da auch immer machst wenn ich ein knochen wegschmeiße was sonst zack in breaking verzaubernehmen nein ich will keine wall wall ey man kann sogar diese komischen dedication wie fett ist das denn Cool Ach hier war noch ein Jockey Es ist 1% möglich, dieser Da war ein Jockey, sind nicht in Left 4 Dead Nein, hier sind, hä, hier heißen die Spider Jockeys Heißen uns auch aus, wo ist Jockey Ist 1% möglich beim Spawner rauszukommen 1% Cool Ja, unnützes Wissen Ja, das war echt unnützes Wissen, das stimmt Das bist du halt Ja, ist ja gut Ich erzähle bei Miss Mark nix mehr Nö, halt bloß den Mund Okay Hallo, auf zu rübsen Hä, wen juckt's? Mich nicht Wollt grad sagen, dich nicht Hab ich doch gesagt, mich nicht Oh, wir haben gleich 2 Stunden 15 Minuten Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ja, ich weiß Ich bin so heiß Nein Oh, doch Bist du nicht OHHHH doch Huiih.. ich bin Europa hedge Jesus! Wenn's du? Ja? Du bist bescheuert! Ja? Ja? Back zu stück okay das kriegen wir hin ich brauche ne ich brauche das Marsch ja Marsch Joa was ist denn mein kleiner Sohn, Mann? Brrrr das ist bescheuert aber ehrlich das ist gar nicht möglich das ich bescheuert bin doch das ist Sparta ja das ist Sparta ich brauche einen Zwelf-Stick die müssen mich auch noch gebratzen werden jetzt sehen meine Zuschauer wieder nix, weil ich hier gerade den Dunkelhof brauche Hallo Spinnen, könnt jetzt alle mal bitte runterfallen, ich brauche nur ein paar Level okay danke weil ich ja erstmal die Ecken wegmachen muss aber mir kommt schon wieder irgendwelcher Müll entgegen so cool ja und jetzt wo ich gerade hochgebaut habe, das Ding muss ich mit runter bauen zack, 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 zack geht zum Glück schneller als hochzubauen ey man kann doch die Sachen entzaubern ne ja dann krieg ich auch noch Level ja da hast du recht da hast du recht auch so ein zweifel jungen äh es ist eine Spinne rausgekommen ähm Teleport Spinne ähm gar nicht sterben wow ja ähm ähm ja toll ähm 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 das geht nicht das geht nicht das geht nicht, der lässt sich nicht auf Null zurücksetzen ja miniatur herzen ja 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 und statt Landmark zu nutzen nutze ich redstone facken ja 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 schon wieder Level 31 ja Ok, ich brauche zu gewinnen, ne joo Knockback, Fire, Aspect, Magnetism, Soul, Blood full blood in the morning warte mal hier voll ne Afterlife wieder drauf machen hier nein kostet so viel soul blood in the morning ich brauche noch mehr Erfahrungspunkte bam 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 bam